Muss ich nicht nochmal. Scheiße, echt. Da komm ich auch nicht rein. Ich glaube, ich laufe doch irgendwie zielgerade zum Hotel. Wobei ich hier so viel Elixier farmen könnte. Dass ich halt alles ausbauen kann. Indem ich hier alle erledige. Das Problem ist nur, diese Feuerviecher, die kotzen mich echt an. Die sind zu aufmerksam. Oh, oh. Okay. Komm schon. Komm und folg mir. Ja, komm. Ah, jetzt geht es wieder von vorne los. Ich hatte die schon alle erledigt. Dieser blöde Flammenwerfertyp, Alter. Echt. Mir mal wieder ordentlich die Tour vermasselt. Echt jetzt wieder harte, harte Kämpfe hier. Wo rennt der denn hin? Warum rennt der denn so weit weg? Ja. So kann es gehen. Nur das gibt kein Elixier, wenn ich das mache. Der macht gleich wieder... Oh Gott, da ist auch einer. Ach ja, stimmt. Und der kommt auch raus. Tschüss. Gut. Gut. Danke. So. Jetzt wieder zu dem hier. Ist natürlich sehr ärgerlich, dass der wieder lebt. Egal, jetzt ist er tot. Oh, oh. Ne, da geht gleich wieder in Flammen auf. Das dachte ich mir. Jetzt nicht mehr. Scheiße. Egal. Komm, 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 komm. Folg mir. Und tschüss. So. Das war's. Schluss mit lustig. Egal, auch wenn ich jetzt nichts von denen gekriegt habe, bin ich sie gleich los geworden. Ich kann hier genug sammeln. Okay. Oh Gott, hier sind ja noch mehr. Oh Gott, Alter. Das ist so unfassbar schwer. Oh oh. Ob es mich gesehen hat? Ja. Fuck. Ja, hat es. Vollidiot. Au. Aua. Ah. Nein, nein, nein. Oh, ich hab den in den Arm abgeschossen. Oh. Okay, einer weniger. Aber ich auch schon wieder vier Schuss weniger. Ich könnte auch mal mit dem Sniper arbeiten. Ich mein, von hier oben kann ich sehr gut mit dem Sniper schießen. Wo ist das Sniper-Gewehr? Hier. Wie viel Schuss habe ich? Hä, warum nimmt der das nicht? Achso. Äh, machen wir sieben. Okay, schön langsam. Wuhuuu. Treffer. Verdammt. Warte mal, da drüben waren doch auch noch welche. Und so ein Schwabbelvieh. Ist weg. Okay. Auch nicht schlecht. So. Das nehme ich mit. Ne, ich mach mal Pumpgun, falls ich wieder erwischt werde. Hier liegt wieder ein Glas wahrscheinlich. Ja. A Flashlee. Ah, der betet schon wieder. hat sich wieder hingesetzt zum Beten. Hä? Ah, jetzt. Komm her. Hör auf zu beten. Jetzt kannst du beten, weil du tot bist. Ah, ah. Da ist der Flammenwerfer. Penner, Alter. Da rennt er wieder rum. Oh, nein, Alter. Wie ich ihn hasse. Wie ich ihn hasse, Alter. Und es ist bestimmt nicht der einzigste, der hier rumrennt. Wie ich ihn hasse, Alter. Wie ich ihn hasse, Alter. Ja, ja. Der ist schon wieder. Oh. Möbius-Mitarbeiter. Oh, oh. Das hat nichts gebracht. Das ist ja seltsam. So hat das nichts gebracht. Okay. Na gut, dann machen wir es so wieder. Jawohl. Okay. Sehr gut. Der rennt da drüben rum. Den lassen wir schön rumrennen. Ich habe jetzt keinen Bock, ein zweites Mal mich mit dem... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ach, du scheiße, Alter. Das ist ja noch einer von denen. Oh, ich geht, Alter. Alles rumspritzt. Ah. Okay. Wie sieht es denn aus mit meiner Energie? Eigentlich ganz okay. Egal. Nehmen wir mal ein Spritzchen. Dem Auto ist nichts. Okay, wo war das jetzt? Das war hier irgendwo. Ah, super. Hier, wo wieder tausende von denen sind. Hallo. Hallo. Wie viele seid ihr denn? Warte mal. Oh, oh. Nein, nein. Ja, genau. Oh, nein. Oh, nein. So, das war's. Komm. Guter Junge. Scheiße, seine Flamme geht gleich wieder an. Ich wusste es. Ja, wo ist er hin, ne? Ja. Wo ist er hin? Such. Such, Kumpel, such. Na, das war's. Schluss jetzt. Was? Ermischt. Puh. Gott sei Dank. Okay. Geschafft. Ach, ne, da ist noch einer. Doch nicht geschafft. Jawoll. Verbesserte Tasche. Sehr schön. Jetzt kriege ich alles, was mir fehlt. Also, daher merke ich, dass es echt zum Ende zugeht. Noch ein Signal. Toter Möbius. Mitarbeiter. Und tschüss. Ja, ja. Halt still. Schluss, letztendlich. So. Gut. Sehr gut. Gut. Alles klar. Haben wir uns auch organisiert. Ah, da liegt was drin. Nein, nicht drüber klettern. Genau. Ah, da hinten ist auch noch was. In den Wänden da oben? Ne, in den Wänden da drin ist nichts, ne? Ne. Ah, hier sieht's hier aus. Komme ich da rein? Ja, Gott sei Dank. Sehr schön. Puh, erstmal wieder in Sicherheit. Und dann würde ich mal sagen, dass wir gleich mal speichern. Erstmal einen Kaffee. So, Kaffeepause. Sehr gut. Und dann speichern wir mal. Wir überspeichern jetzt Kapitel 11. Sehr schön. Falls wir irgendeinen Fehler gemacht haben und vielleicht doch noch Munition sammeln müssen oder sonst irgendwas. Überspeichere ich mal den letzten Speicher nicht. Wie sieht's denn aus? Wie viel haben wir denn? Wieder 16.000. Aber ich würde noch sparen. Ich würde echt noch sparen, dass ich nachher, wenn's vor nem Bosskampf geht, mich richtig gut aufrüsten kann. Verdammt. Wieder kann ich diese Kiste nicht öffnen. Wie schade. Gut, weiter geht's. Die Stadt muss gesäubert werden. Oh, fuck. Da komm ich gar nicht durch. Aber egal. Ich geh mal gucken, ob's hier noch irgendwas gibt. Vielleicht... Ah, da hin. Oh, oh. Der verrückte Flammenwerfertyp rennt da auch schon wieder rum. Ja. Oh, oh. Ah, das ist knapp. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.